Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Besonders war das jetzt nicht. Mina, pass auf! Pass auf! Hast du deinen Hausaufgang gemacht? Oh, liebe Besucher, dieser Bereich wird Video erwartet. Hier ist das Fotografieren für Popi. Okay. Da steht hier. Es muss sich die Beispiele berühren und fotografieren. Es ist gleich fotografiert. John, er kenne dich nicht. Das ist in der Fall. Hä? Das schreck ich jetzt nicht. Lassen Sie die Flaggen bewegen, um ein tolles Foto zu machen. Hallo? Darf man die abnehmen? Ja, musst du ja. Echt? Dring, 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 dring. Oh, da... Hallo! Wo sich aus der Rundfond den Erdenkönig erinnern? Aus dem Buch? Ja, ja, ja. Ähm, nee, der Herr ist gerade nicht verspätzt. Wir haben irgendeine Zeit zurück. Ich habe Bock. Ja, okay. Bis dann, tschau. Jetzt waren wir wieder so. Ich habe die Arme zu schütteln. Tschuuu, tschuuu! Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin übrigens. Ach, ich bin der Bundeskanzlerin. Äh, die Mögel ist jetzt eigentlich da. Ich habe übrigens Erik Hennepaar oder wie Harley. Es war irgendwie so ein Mann, der hat irgendwie... Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Auch hier war ziemlich wichtig und so. Ja. Nee, er ist nicht zu sprechen. Ja. Er steht alt gut. Äh, neben mir. Zugewachsenen. Wann? Die ganze Zeit schon. Seitdem ich hier bin, finde das ist so eine Frechheit. Ja, wir sind gleich weiter. Okay. Ja, ja. Ja, jetzt ist doch mal gut. Ja. Immer wieder. Ja, süßen. Das war jetzt. Ja, nicht sehr charmant, aber... Mal kurz, was man hier ist. Was man hier ist. Okay. Oha, Mikey. Er hat Kopfhörer. Denkst du. Der Kopfhörer. 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 Wer ist denn aus? Michael. Der Kopfhörer. Muss man ihn jetzt kennen? Ja, den müsste es sein. Ich kenne. Also, Rina. Kamil, der Kopfhörer. Ja. Rina. Ich kenne die Berwick-Urbana. Nehmst du? Ja. Was soll jetzt hier zu beugen? Greifen sie den Hammer auf. Ach, wenn ich da raus stehe. Und reißen sie für ihr Foto. Äh, du darfst ja den Hammer nehmen. Nimm mal. Komm, man den nimm. Okay. Ach, nur wirklich. Anraben da drauf. Ah. Du kannst das so aufmeißeln. Perfekte Pose. Guck mal, ich kann dir richtig gut sagen. Wie hier. Falsch schon aufsetzhaftig. Äh, lächle mal. Ähm, also du meinst es nicht ernst. Also bei diesen Worten, wenn wir sagen, wir haben denn als Kanzlerin für den Drei, was ist einfach so aufmerken. Weil, warum ist das logisch? Ist das gar nicht wachbar. Und sowas. Und immerhin, die haben gesagt, das hat sie gar nicht geworfen. Nimmst du? Sagen wir mal. Mann, wo hat dich? Waaah. Waaah. Oh, hier liegt das Holz. Waaah. Setzen Sie sich an den Flieger und spielen Sie Möto 5... Schöne. Einschaftlich. Boah, tu mal so richtig. Schöne, 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 Schöne. Wuuuuh. Yay. Es stinkt hier voll. Erfreut. Ich habe gesehen, ob es schon läuft. Achso, hier auch. So irritieren, dass plötzlich ein anderes Lied kommt. Leider nicht, ich glaube, es ist nur das eine, wenn ich mich nicht irre. Doch, ich meine, die zwei unterschiedlich hatten. Ja? Ja, ich meine... Ich laufe meistens so vorbei und höre, dass das Lied läuft, aber... Ja, einmal war es hier sein Lied, und ich meine, das ist ja jetzt wieder was anderes. Ich habe noch nicht so drauf geachtet. Aber auf jeden Fall, kann ich noch so kurz mal schnell verlegen. Ja. Sehr schön. Ja, was ist das? Du bist ja voll der Fake-Spieler. Genau. Ich meine, das ist schon mal gerät, und dann sind wir hier raus. Wollte ich mal mit kleinen Vorgaben. Viel Spaß noch. Und dann geht es weiter. Ja. Das ist schon mal geschnitten. Ja. Ich fand es, ich fand es, ich fand es schon mal geschnitten. Es sieht aus wie ein Hauch. Wir müssen ja unbedingt auf den Termin warten. Wie siehst du denn wieder aus? Du hast du vorsichtigen Schneider reingedreht. Bitte gern. Ich will sie wieder ausrechnen. Das hat so ausgesehen. Du kannst es ja nicht anders machen. Geht nicht. Geht nicht. Ich sehe sie. Die ist im Auge. Siehst du? Warte mal. Welche? Das. Ja genau. Na du. Guck mal, willst du wieder auf dich? Du kannst wahrscheinlich einfach... Das ist ein Stalker. Albert Einstein. Sie war in Kludermann. Aber diese Formel ist... Wohlschön. Ja. 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 Verordnen sie die Wörter. Ja. Und sie sind nicht in Satz. Ach so. Welche Wörter denn? Ach so. Ach hier. es zieht, vielleicht auch... Die Katze zieht Einle. Die Katze zieht Einle. Maus. Der Schnittmusser einer Leine, zieht sich mit voller Maus. Du bist jetzt der Oberkunde. Ich bin noch was zu unterschreiben. Unter der Katzen. Ja, unter der Katzen. Oh ja, das ist eine geile Idee. Wollen wir den? Ja. Maus zieht voller Kast. Auf den Ruhm ist der Ratham. Sie wohnen Hummel auf dem Herbst. Das war meine Inspiration. So. Guck mal. Also das soll das ja eine Ähnlichkeit geben. Ja. Ja. Maiki, warte mal. Ja. Du hast das Fallschirm an. Ach, bist du ein Faust. Das ist die Fallschirm. Doch, doch glaub mir. Das ist das Fallschirm komplett. Guck mal, da sind doch die Dinge, die sie immer... Ach, von hinten. Ja. Ja. Und ich dachte, wie lahm war ich so. Kommischneider. Jetzt sind sie bereit, um die Prinzessin zu treffen. Ja. Ihre Prässe. So? Und der ist affig aus. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Ja, so ist besser. Ja. Ja, so ist besser. Sehr nice. Du darfst deine Frau auch anpacken. Ja. Ich weiß nicht, wie Du das war. Das war eine Verheilung. Du darfst deine Frau auch anpacken. Ja. Das war's für dich. Ja. Okay. Ja. 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 Juhu, wir haben ihn gefunden und ja, was wir so alles mit den Namen stellen, seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da und ja, jetzt folgen noch so die schönsten Bilder vom Tag. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.